Champagne. Montague Dunn had a good taste. French wine. A remarkable vintage. Hm. Also das war jetzt das Büro von Montague Dunn. Ah, Fotografie. Hm. Ronald Hamish. Äh, wie der Sohn Martin? Denk ich mir also, dass das der Sohn ist. Guck mal, die Times. Newspapers discussing Kew Gardens. Ja. Dann haben wir hier noch... Ähm, das verschwindet doch eigentlich wieder, wenn wir alles... Äh, ach da, ist ein Brief. Ähm, Trennung. Okay. Liebste Margaret, nach unserem letzten Gespräch, glaube ich, wäre es besser, wenn du deine Arbeit hier in Kew Gardens einstellen würdest. Wie du ziemlich offen festgestellt hast, bist du ja nicht mehr auf meine Unterstützung angewiesen, denn du stehst offensichtlich auf eigenen Füßen, wie du gemeint hast. Nun, so gebe ich dir deine Freiheit zurück und wünsche dir viel Glück in deinem künftigen Leben. Montague Dunn. Ach, interessant. Ach, musste kurz husten. So, ähm, ja. Eine Art Kündigung, freischreiben, keine Ahnung, irgendwie sowas war das. Ähm, können den Self nochmal ausprobieren. Ich. Okay, bis da ging, ja. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh mein Gott, dieses Klicken, ne? Das geht mir long, okay. 1, 2, 3, 4. Ich werde nie ein Spiel überspringen. Äh. Äh. Nein. Nein, doch nicht. Hm. 1, 2. Doch, das wäre das jetzt. Vielleicht kriegen wir auch irgendwo noch eine Notiz, wie man das öffnet, oder so. Achso, ich kann es auch gedrückt halten. 1, 2, 3, 4. Kann ich 5 machen? 5. Ich mach mal 6. Einfach nur, um zu gucken, okay, dann weiß ich Bescheid. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 3, 4, 5. Mal gucken, was im Stave ist. Ja. Hilfe. Ähm. Das ist eine Kartei... Ne, Briefe. Kartei-Fach wollte ich jetzt sagen. Da ist eine Briefe drin. Schreiben an Anwalt. Mein liebster Freund, erlebe mir bitte, meine Enttäuschung über deinen letzten Brief zu äußern. Ich bezahle dich, damit du mich verteidigst und nicht, damit du mich beschuldigst. Kew Gardens ist eine königliche Einrichtung. Wir erhalten die großartige Möglichkeit, die ganze Welt zu bereisen und die wertvollsten und seltsamsten Pflanzen zu bewahren. Unsere Aufgabe steht darin, solche Pflanzen zu schützen. Auch und vor allem vor jenen, die mit ihnen ihre dubiosen Geschäfte machen wollen. Diese göttliche Gesellschaft, von der du schreibst, hat kein Recht, sich wertvolle Pflanzen zu halten. Erinnere dich bitte an den Vorfall vom 14. Januar 1889. Aus diesem Grund möchte ich dich bei allen Respekt ein weiteres Mal bitten, Kew Gardens, die Genehmigung hinsichtlich dieser Pflanzen zu beglaubigen. Die entsprechenden Dokumente wurden dir am Montag zugeschickt. P.S. Wir sehen uns wie immer am Dienstag im Bollitz oder Buditz oder so. Und take you done. Ein Beschwerdebrief. Mr. Dunn. Wir bitten sie zum letzten Mal, uns unsere lieben Schwestern zurückzugeben. Sie haben nicht das Recht, sie gefangt zu halten. Sie gehören ihnen nicht. Ihre sogenannten Genehmigungen sind allesamt ungültig. Verdammt. Ihr habt es nicht gehört. Ungültig. Sie verstecken sich hinter Lügen. Unter anderem hinter der Lüge, die in der Presse... Mein Gott. So, Entschuldigung. Sie verstecken sich hinter Lügen. Unter anderem hinter der Lüge, die in der Presse, als der Vorfall vom 14. Juni... Äh... Oh Gott, ich hese zu schnell. Der Vorfall vom 14. Juni 1889 verbreitet wurde. Das sind keine weiteren Details nötig. Was sie getan haben, ist wahrscheinlich abscheulich. Seien sie versichert, dass wir unsere Schwestern niemals aufgeben werden. Wir haben ihnen vertraut und bereuen das nun sehr, die göttliche Gesellschaft. Dann haben wir hier... Noch ein Brief. I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Welches denn? Schuldenübersicht, mhm. Schulden von Miss Margaret White an Mr. Montague Dunn. Vermietung einer Wohnung in der Oxford Street. Ein Stipendium für das Studium an der Universität von London. Kredite bei Hamilton, bei der Reading House Schneiderei und beim Juwelier Baird & Sons. Mhm. Interessant. Wir sollten mal mit Miss White sprechen. Die Worte... Oh, Entschuldigung. Sowieso hierher kommen. Ja, dann reden wir nicht mit dir. Das war das Büro von Montague Dunn. Das wohl... Ähm, jetzt ist ein Labor. Was ist das denn? Sie grüßelich aus. Das ist ein Unkleiner. Das ist ein Unkleiner. Locked. Ja, stimmt. Robert Dunn didn't give us the key to this store. It does not matter. We will open it. Okay. Okay. Wie war denn das nochmal? Äh, was muss ich noch machen? Achso, okay. Das ist gerade... Und hier kann man... Lass den mal... Lass den mal da. Ich konzentriere mich gerade nur auf den hier hinten. So. Nein. So. Achso, man kann das ja so reinschieben. Den auch? Nee, den nicht. Okay, Entschuldigung. Dann mach ich den wieder zurück. So. Die kann man hier so verschieben, wusste ich gar nicht. D-d-d-d-d-d-d. Ich fühle mich... Hm. Hm. Ah. Jetzt geht das. Wollte ich gar nicht. Ich hab mir nur die Tür angeguckt. So. Hier sind... Anfällt nichts dran. Ein Kamin. Uh. Ein Studienbuch. University of Cambridge Botanical Section. A Botany Book. Von Albert Dunn. Repeat here. This student's book belongs to Albert. Schön. Dann... ...haben wir hier eine Tafel. Und dann hier... Chemie... 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 ...eine sufficiente Quantität für ein paar seriöse Experimente. Ja. Phonograph. A phonograph used for voice recording. Remarkable. Yes. This is quite a modern laboratory. I don't hear anything. M-m-mach ich denn mit? Aha. And it seems clear from these multiple experiments... ...the plans to respond to their environment... ...and how to respond to Richardson. Margaret White. February 1895. Report number 245. Study report. Hm. Was die Öffnung? Da. Martin Hamish's perception of problems. The notion of communication in the plant world has long been considered a margin. Yet I am convinced that some plants do indeed and spend chemical symptoms in the event of attack. A study report by Martin Hamish. Hm. Interessant. Das... Aha. Wenn ein Fragezeichen steht, heißt es wahrscheinlich, wir können, wenn wir noch so einen Wachszylinder finden, diese Maschinen nochmal benutzen. Das ist ein Tee für Experimente. Das ist mein eigenes. Nur dieser ist in guter Ordnung, Holmes. Jetzt hätte ich, ähm, Sherlock sagen müssen, ach, shut up. Was sollten wir nächstes machen, Holmes? Wir sollten mal Tee drücken. Okay. 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 Ja, warum sollte jemand umgebracht werden? Oh, nicht jetzt. Gut. Wir holen Tobi später. Wir machen, wir, ähm, ach Gott. Gehen wir erstmal hier ran. Ach, Mann. So, Miss Whites Schrank. Miss Whites Locker. Oh, Mann, die hat einen Hut. Und einen Brief. A draft of the letter that Miss Whites sent to her parents. Okay. Lieber Mutter, lieber Vater, nur mit Widerwillen schreibe ich diesen Brief, um euch um Hilfe zu bitten. Meine Studien und Wohnkosten haben sich als höher herausgestellt als ursprünglich gedacht. Aus jedem Grund fürchte ich, werde ich sie auf lange Sicht nicht tragen können. Mir ist bewusst, dass wir in der Vergangenheit nicht immer eine Meinung waren, aber ihr werdet hoffentlich nicht so herzlos sein und taten es mit Ansehen, wie eure Tochter nur aufgrund von Geldmangel ihr Studium nicht abschließen kann. Oder? Margot. Oh, warte, ein Diplom. Eine Schatulle oder Schmuckkasten? Mann, so viele Briefe, ey. Ähm, Albert Dunns Brief an Miss White. Liebe Margot, ich weiß, wie sehr deine Geldprobleme im Moment belasten. Ich werde jedoch nicht zulassen, dass du in solch einer Zwickmülle bleibst. Du kannst dir sicher sein. Äh, da kannst du dir sicher sein. Ich stamme aus einer wohlheilmen Familie und ich werde, äh, würde als... Boah, Gott. ...würde es als große Ehre erachten, wenn du meine Unterstützung annehmen würdest, dein treuer Freund, Albert. Kann ich hier etwas öffnen, irgendwie? Da. War schon wieder ein Brief. Antwort der Familie White. Warum steht da... Liegt der originale Brief dort, wenn... Ach, egal. Margaret, wir waren ganz überrascht, als wir deinen Brief erhalten haben. Wie kannst du uns nur um Geld bitten? Nach all den Jahren, seitdem du uns verlassen hast und in denen du nichts ein einziges Mal an uns gedacht hast, bisher hast du uns nie etwas über deinen Stimmen verraten. Aber jetzt auf einmal tust du es doch. Vermutlich schämst du dich einfach für uns, weil wir nicht aus derselben, ähm, oberen Klasse wie deine neuen Freunde stammen. Ja, wir sind bescheidene Menschen, aber du hättest zumindest von uns lernen können, dass die Familie an erster Stelle kommen sollte. Und zumindest haben wir nie unserem Ruf ruiniert, wie du es offensichtlich bereits mit deinem Arbeitgeber, äh, Arbeitgeber, Mr. Dung, getan hast. Nein, Margaret, wir sind es, die sich wegen dir schämen müssen, deinen Eltern. Tja. Scheiße, gelaufen, ne? So. Also, hier haben nur drei Leute gearbeitet, oder was? Aha. Aha. Oh, noch mehr Briefe. Martin Hamish, Beförderungswunsch. Sehr geehrter Herr Generalsekretär, aufgrund der jüngsten Ereignisse in Kewgans möchte ich meine Bewerbung um den Posten des Sterexos erneuern. Wie ich bereits in meinen frühen Briefen bekundet habe, halte ich niemanden für besser geeignet dafür als mich selbst. Als Mr. Montague dann noch am Leben war, konnte ich ihre Bedenken in dieser Hinsicht verstehen. Sie hatten politische Gründe und ich hatte mich selbstverständlich damit abgefunden. Doch jetzt herrscht große, unordentliche Glanz. Wie kann ich in dieser Situation tatlos zusehen? Wie kann ich die gärten, unerfahrenen und unmotivierten Menschen überlassen? Von daher muss ich sie bitten, schnellstmöglich eine Entscheidung zu treffen, damit ich mich mit voller Stärke dieser wichtigen Aufgabe widmen kann und nicht mehr belasten werde durch die fortwährende Ungewissenheit. Martin Hamish studiert Chemie, interessant. Indeed. Martin's, äh nee, Arbeitsschrank. Wir kommen bewegend Jahre aus. Vielen Dank.